halli hallo hier ist der gusor wieder ihr habt mich wieder so ein bisschen erwischt und zwar ich wollte eigentlich jetzt schon die sachen aufnehmen nämlich nicht aufnehmen sondern die ganzen sachen schneiden wir haben es jetzt halt nach halb neun und dann sehe ich gerade auf mein handy und sehe okay ich kann eine gratis truhe öffnen scheiß auf das schneiden es wird erst mal noch mal eine runde clash royale gespielt ah schweinereiter okay nett nett kann ich gar nicht anders sagen und natürlich müssen wir noch mal kämpfen klar jetzt hoffe ich verkackt hat nicht da wieder keine no truppe zum antäuschen von irgendwas zum ersten setzen sozusagen jetzt gucken wir mal was er macht ja komm ich hau jetzt einfach raus jetzt ist die gefahr halt wirklich groß dass er halt hier wirklich richtig abliefert ich lasse mir wirklich das restliche elixier erst mal übrig um halt wirklich zu gucken dass ich hier noch die fänden kann ah ok also er ist so ein kleiner hüttenbauer auf jeden fall gucken wir mal ob wir ihn damit kriegen mal gucken in welcher kombo er das halt auch macht kann ja sein dass er mit einer total krassen kombo und dann halt eben mit irgendwelchen lufttruppen genau hier hat er jetzt zum beispiel den prinz am start wo man dann halt normalerweise dann halt schnell da sitzen dann okay richtig krasser fight zack jetzt ist ja genau da ist meine meine musketieren auf jeden fall hat er richtig abbekommen so prinz ist down aber mein turm ist auch down jetzt mit den kobullen hier so ein bisschen abgelenkt ah die musketierin die haut richtig hart rein ah und jetzt die barbaren alter verwalter alles wieder für den arsch zack tot richtig krass okay also er hatte halt echt wirklich viel zeug alles wieder für den arsch nicht zu schnell vorsichtig rangehen nicht dass ich mir jetzt alles wieder verspiele das wäre schade okay komm das können wir auch und ich habe hier noch einen prinz der den pecker mal richtig ja sehr geil pecker richtig gut abgewehrt jetzt bin ich gespannt was er hat weil jetzt prinz ist noch voll am start ich warte ich gebe noch nichts weiter aus obwohl ich meine spam wäre schon ziemlich geil jetzt kommt wir haben es doch alter hat die hexe wieder wirklich richtig klein alter manchmal traue ich einfach zu wenig zu echt hexe ftw alter hexe for the win ja kein thema können wir gegenhalten auf jeden fall auf jeden fall kein ding pecker auch abgewehrt richtig nice richtig nice jetzt gucken wir mal was hier kommt irgendwas zum abwehren hier so ein bisschen dass er da drauf geht zumindest genau und der ritter hält ja wirklich viel aus das geht ja es ist ja nicht so dass das so eine pille palle truppe ist sondern der hält wirklich für das alex was er kostet halt echt mega viel aus hossa die waldfee zack weg kaputt so jetzt muss ich die hexe kriegen ja das lief doch ganz gut jetzt ich muss ja effektiv nur die fänden eigentlich eigentlich so jetzt arsch jetzt haut er wieder raus alter wo du denkst what the fuck alter damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet weil ich dachte auch naja wird schon passen na komm hier komm ein paar fehlchen noch alter wie die hexe splasht bitte was geht ab bei euch leute also ich würde jetzt mal ganz sportlich sagen er hat jetzt in dem angriff wirklich definitiv keine chance gehabt und jetzt zack 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 macht er mich platt ne da hat er keine chance gehabt ich hätte es irgendwie im nachhinein klar hätte man jetzt von der rechten seite halt noch mehr durchlaufen können aber das hat gut geklappt weiter gleich nächster ah ich bin jetzt so ein bisschen oh level 7 da wird man schon ganz schön angefixt von diesem spiel genau du kannst ja auch erstmal einfach blitzen kannst ja mal machen jetzt gucke ich wirklich ich warte ob er nicht eventuell auf der anderen seite ne er droppt da keine truppe so dann haut das echt jetzt muss ich jetzt gehe ich risiko ein weil er könnte jetzt genau er könnte von links gehen aber das kann ich relativ gut abwehren das kann ich relativ gut abwehren und jetzt kriegt sein turm schon mal richtig gut aufs maul damit denke ich hat er nicht gerechnet und jetzt komme ich sogar noch von der linken seite ebenfalls ich würde mal fast sagen ich mache den sack gleich zu oder das sieht schon ziemlich gut aus jetzt noch warten bis der ne ich warte noch ich lasse es nicht zu sehr weil er könnte mich noch richtig krass kriegen riesen prinz lasse ich in der hinterhand den setze ich dann wenn ich ja war klar war nämlich sowas von klar es war ja nicht unklar logisch jetzt kann ich die ablenken jetzt kann ich eigentlich auch schon kommen ich hau hier jetzt einen ritter raus ich hau einen ritter raus weil jetzt kriegt er das kriegt er nicht mehr auf der reihe hier und das sollte es ja fast gewesen sein noch ein bisschen was zeit erspielen und fertig ich warte mal gucken was er bringt sehr gut das passt gut ich kann halt jetzt super gut reagieren alter wo holt er den drache her jetzt mal ohne witz wo holt er den drache gerade her damit habe ich jetzt wirklich damit habe ich jetzt nicht gerechnet aber ich hole die hexe kann ja wieder reagieren alter hat er meine hexe richtig gekriegt ey sperrkobolde riese und er kann doch auf mich zukommen tut mir doch nichts sehr gut das wird ihn richtig richtig außer gefecht setzen ok jetzt haut er mir zwei bombentowern raus jetzt wäre natürlich geil wenn ich halt noch einfach ein paar ein paar pfeile am start habe und ihn halt dann wirklich einfach nur mit den pfeilen kaputt machen kann aber wie gesagt achso nee ich quatsch hier so ein scheiß äh das ist ja unentschieden ich quatsch hier und denke ah ja ist ja easy peasy äh schaffst ja locker und so weiter und so fort und jetzt geht das hier richtig hart los kacke oh ne ich ja voll verheizt ich dachte mir oh ja er hat ja er hat ja nichts mehr und ich kriege ihn ja nee oh war ich nicht bei der sache war ich nicht bei der sache kämpfen also weiter wieder bei der sache sein nicht so viel ah komm Riese Riese passt ja Drache down super gut Drache down und sehr geil sehr gut Drache inklusive Prinz weggerazert super jetzt muss ich den Riese hier natürlich unterstützen ah ja okay das wird nichts aber vielleicht kriege ich schon mal ein bisschen von der Valkyre weg nee da muss auf jeden fall bei mir auch ein Riese hin sonst sehe ich da richtig alt aus kommt 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 killt killt das Päckerchen zack naja immerhin etwas Ablenkung Ablenkung ist das beste Einwand frei wieder nicht gerechnet mit aber also das heißt der hat definitiv ordentlich Lufttruppen ok ging für mich trotzdem noch gut aus musketieren ran und jetzt natürlich gleich die Zeit nutzen und gleich die Hexe hinterher ah der hat so einen Sack alter jetzt zack 500 weg ja 400 das ist halt hardcore aber ich kann ihm natürlich auch ordentlich was abnehmen so ist es ja nicht aber er hat ein Päcker gucken wir mal wie es ja zwei so zack 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 und schon weg echt es ist halt einfach wieder die Kombo richtig nice so jetzt muss der hintere fliegen auf jeden fall der hintere links muss definitiv fallen dann gehe ich jetzt erst mal auf die hier dass der mich hier mit dem Drachen nicht killen kann weil sonst stehe ich halt echt da und habe halt gar nichts gekonnt Drache muss jetzt weg gehen Drache muss definitiv ah kacke mit der Maus ausgerutscht hier ja genau und jetzt geht noch mein Turm down ich muss den definitiv defenden alter jetzt zwei Hexen am Start der alte Sack die werden mich richtig richtig fesseln weiter 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 ah Päcker oh nein nein komm schnell ah nein das gibt's kacke alter ey nein ah kommt Leute noch egal kommt hier zwei nee ich muss erst mal aufhören vielleicht lasse ich mich noch zu einer äh raus ja ihr wisst was ich meine hier auch mein Brain ist schon weg äh ja irgendwie dazu hinziehen hinreißen mal gucken das war es erstmal wieder von mir also ich habe irgendwie nix gerissen aber es hat wieder mega Spaß gemacht ja ich hoffe es hat euch gefallen haut rein schaut ich hoffe es hat euch gehört